Ihre Reise hat über 2000 Jahre gedauert. 400 vor Christus hat sie in Luxor am Nil gelebt. Und aller Wahrscheinlichkeit nach war es eine Frau. Aus dem Museum in Aberdeen in Schottland kommt sie. Und in Rosenheim angekommen, stellt sich vor allem nur die eine Frage, ob sie den Transport gut überstanden hat. Ich muss einfach nachschauen, ob die Mumie noch im selben Zustand ist, in dem sie Schottland verlassen hat. Ich habe ein Protokoll, wo schon Brüche und Verluste waren und jetzt geht es darum zu prüfen, ob die Schäden mehr geworden sind. Die gute Nachricht, es gibt keine neuen Schäden. Den Sagsamt Mumie hat einst ein schottischer Offizier aus Ägypten als Souvenir mitgebracht. Wie ein rohes Ei behandeln ihn nur die Mitarbeiter im Lockschuppen. Wenn es auch nicht die Überreste eines echten Pharaos sind, der Wert der Mumie dennoch unschätzbar. Es ist wirklich nicht leicht und in dem Fall wirklich ein Glücksfall, dass in Aberdeen die Exponate verfügbar sind und in gewisser Weise etwas schlummern im dortigen Universitätsmuseum. Und durch die Restaurierung mit dem Partner in Hillersheim sind die jetzt gesichert und schön gemacht worden und für die Ausstellung vorbereitet worden. Und wir sind froh, dass wir das zeigen können. Zu dem schönen Sargdeckel gehört auch eine echte Mumie, frisch restauriert und vom Partnermuseum in Hillersheim auch gerade noch untersucht. Vor vier Wochen kam die Mumie im Krankenhaus in einen CT. Das Alter, das Geschlecht, mögliche Erkrankungen lassen sich so zurückverfolgen. Das große Glück für die Forschung, die Mumie blieb die letzten 2400 Jahre praktisch unberührt. Schon die ersten Bilder waren vielversprechend und brachten erste Erkenntnisse über die Geschichte der Mumie. Diese Person muss der Oberschicht angehören. Das war eine der aufwändigsten Balsamierungen, die ich jemals gesehen habe. Man hat zig Lagen Bandagierungen gemacht und man hat einzelne Körperteile, wie zum Beispiel die Augäpfel, ersetzt durch Füllmaterialien und den gesamten Leib ausgeweidet und dann ausgestopft. Also eine unglaublich aufwändige Erhaltung. Für die Herrin des Hauses. Diesen Titel trug die Frau aus Luxor. Etwa im Alter von 60 Jahren starb sie, uralt für die damalige Zeit. Und harte Arbeit kannte sie wohl auch nicht. Ihre Wirbelsäule zeigt kaum Abnutzungsspuren. Ihre ganze Geschichte und die der Pharaonen gibt es ab dem 24. März im Lockschuppen Rosenheim.